Wir bei der Firma Merkens haben zwei Firmen. Auf der einen Seite stellen wir Pappe für die Automobil- und sehr stark auch für die Schuhindustrie her und im anderen Bereich stellen wir Ordner und Verpackungen für die Automobilindustrie her. Unser Exportanteil beträgt 92 Prozent. Wichtigster Markt ist Deutschland, gefolgt von Italien und Indien. Wir machen aus einem Recyclingprodukt Dinge, die auf der ganzen Welt benötigt werden und das mit Hilfe von erneuerbarer Energie. Diesen Servicetipp widmet Ihnen das Exportcenter.